Jaa. Das beste ist, wo Pumba einfach immer Japp Japp sagt. Das ist so geil ey, Jopp Jopp. Jopp Jopp Jopp. Sollen wir wieder die defensive Deckung machen. Äh Pete, mischst du A oder B? B. Ähm, bleibst du mal... gehst du mal nicht ganz auf B, sondern bleibst du mal ein bisschen näher da. Ja. Let's roll. Stell mich Mitte auf. Jopp. Und ich mach A. Ja, geht schon los? Jaja, geht los. A, lang vorbei, vorbei, einer vorbei, zwei, weiterkommt. Einer vorbei mit Bombe. Alter. Am Eck hat Hit. Einer drauf, einer legt uns eigentlich schon. Wir haben beide ganz gut Hit. Legen jetzt. Ich bin gleich kurz. Komm ich dropp dich Boxen hoch. Ich bin kurz. Kurz, kurz ist einer. Schön, einer noch. Kurz jetzt. Nice. Möchtest du defusen? Steht ja, steht ja zu. Diffusing the Bomb. Als König geboren. Es kommt grad. Es ist komisch, ich hab's so daneben geaimt, trotzdem Headshot. Ja. Das ganze Spiel ist komisch. Ich hab ne Awe. Cool. Geht's jetzt rund? Ich nicht, ja. Ob's jetzt rund geht, das ist nicht die Frage. Danke. Ich schieße klein. I love you. Oh je, kurz. Siehst du? Kurz durch. Nee, der ist auch wieder weggesprungen. Kommt jetzt Mitte raus. Bombe down Mitte. Schön. Bei mir direkt. Komm ich mal dazu. Mitte noch, Mitte noch, Mitte noch. Ja, ich bin C despawn, wenn er kommt. Oh Gott. So, jetzt sind wir alle hier. Eine Flash. Ich guck auf B, ich guck auf B. Gerade im richtigen Moment. Diese Runde hat gerade einmal 30 Sekunden gedauert. Ja, weiter so. Ich hab ne Pugland gekauft. Push mich mal jemand kurz hoch. Ja, ich mach das. Mach du in Mitte. Komm. Geile Song. Sie wollten doch einen Satz hinzufügen. Ja, danke. Wenn jetzt alle B kommen, wärst du schon. Ja, dann haben wir halt schlecht gepogert. Und, alle B? Ja. Von hinten, von hinten. Ja, alle B. Das gibt's nicht. Oh stimmt. Bombe war down, Bombe war down. Achtung, er legt jetzt erst. Er legt jetzt erst. Er legt jetzt erst. Genau so. Ja. Gut gepogert haben wir. Ja, das war... War all in und dann all loose. War... War beide. Ach komm, es war noch so ein... So ein... So ein... So ein... So ein... So ein Split-Pot und dann kriegst du 50 Cent noch raus oder so. Nee, ich kann es nicht mehr noch gewonnen. Also um die letzte Karte gegen so ein Barm gleich. Ja, wir haben gewonnen, aber... Jackpot. Ja, naja. Ist ok. Kann ich mich drauf einlassen. B. 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 B-Bombe. Noch zwei B. B, B, B. Du geschossen. Ähm, im Loch hat Hit durch meine HE. Ich flash nochmal rein. Achtung. Links ist noch einer. Beim Auto. P. Contr-Terrorist win. Alt... Aladrin. Ich wollte grad Altrin... lesen, das wäre cool gewesen, aber Aladrin ist irgendwie scheiße. MED demon. Ach... Nee, ich weiß es nicht. Durch die Tür. Schön. Schön. Hey Jungs, ist ne schlechte Idee, wenn ihr da langrutscht. Bomben wäre anscheinend down, wenn wir das richtig sehen. Lang, letzter Lang! Oh, ich war gar nicht da. Sehr gut, Pete. Macht er ja ohne mich. Klar. Aber der Pete nimmt's schon nicht mehr ernst. Eigentlich wollten wir eine romantische Hintergrundlage einstellen. Und du fühlst dich heute Abend? Ich weiß kein CD, die auch kommt. Wir haben eine Scout im Gegner-Team. Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Bei mir! Geh ich Deck nach hinten ab? Ich Deck mit dir. Kommt! Nee, spring da vorne irgendwie rum. Gut. Drei Headshots. Drei Headshots! Drei dicke Gesichter! Die sind jetzt so einfach! So schrecklich! Wir haben heute einfach... Aber jetzt ein netter Tag hier vor dem Abendloben, gell? Doch! So hier haben wir schon rumgedreht. Ich glaube schon innen. Da haben wir auch einen 06 hinten gelegen. Er ist Allah drehen, Alter! Ja, der kann ja mal richtig schreiben. Kurz! Einer durch! Einer B! Einer B! Einer B! Einer B! Jetzt wo ich's gesagt hab! Zwei kurz! Einer B! Wahrscheinlich stärken B-Bomben! Nein, einer ist... Ja, die legen B, glaub ich. Nee, schau. Warte mal! Iiiiiiii! Tja! Ah, das ist ja nicht so, als ob wir nicht genügend Geld hätten. Ja, das ist... Viel brauchst du Waffe. Dann kannst du den Heffler kaufen. Ja, gerne. Don't jinx it! Don't jinx it! Let's go, let's go! Oh, hast du das jetzt ehrlich gemacht? Ich hab ihn... Ich hab seinen Mikrometer vom Elf zu sehen. Alter... Krieg ich ihn nicht. Bin da. Hat aber so viel, wie er muss. Ja. Über uns. CT drauf. CT down. Was? Was? CT... Ja, vergiss es. Ich hab... CT drauf. CT drauf, stimmt schon. Aber... Drauf ist schon. Alar lang wird geblendet. Hallo! Ja, wo ist er? Guckst du A, ich B. Ja. Step vielleicht A kurz. Bin mir nicht ganz sicher. Schon durch? Nein, wahrscheinlich. Nein! Klar, lass dann geh weg! Bleib weg! Ja ich geh dann weg Ich habe ihn wahrscheinlich So 10% wenn er vorbeihippt Ja jetzt ist er vorbei Ja das war ich ein bisschen spannt Kommt ich dropp dich hoch komm komm kom Hallo Hallo Krasse Taktik man die Arbeit ist schon nicht so Voila Voila alter Ich sag jetzt zu, erlange nur noch ALA! Das kommt vom Batchgräber, Taube schlechterweil hier Einer B Mitte Ach komm Wir schießen immer bevor ich überhaupt da bin Und dann laufe ich immer rein Einer B Mitte raus Oder Mitte Kadas rein Down Gott, bin ich schlecht, Alter Ich bin Kadas drin Kadas oben, geht runter wahrscheinlich Der ist da oben Er lauft voll rein, Alter Da haben wir jetzt Konzentration, nimmer reinlaufen Wir sind Oskar Mike Ich probier's Ja, ja, ich weiß Mitte Ah, diesmal hat er mich Mit der hohe Kug Gibt sie die Spawn Ja, down Und ich schätze Eher A Aber Oh Gott Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ich hab mir eine andere auf Arsch Oh, und wenn du den hast, dann kannst du dich fluten Hättest du mich nicht abgelenkt Ja, hättest du mich nicht abgelenkt Ähm, Mark Ja Ja Kannst du mich aber strafen Entschuldigung, brauchst nix Nein Da liegt der Pumpgun Ja, die nehm ich aber nicht Warte mal Warte, wie viel Geld ich nur noch Die gehört mir Alter, ich hab zu viel Geld Gut Du hast ja Ehre wieder zurückgehoben Oh, 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 oh Na ja, neue Gans Er ist dreimal gestorben, muss aber drei Kills machen Jetzt weiter, noch einmal noch Den versau ich ihm jetzt Komm, tu es, tu es Den versau ich ihm jetzt Tu es, zeig dich nochmal Den versau ich ihm jetzt 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 Alter, ich renne hin Den versau ich dir jetzt Ja, ich stirb's jetzt einfach mal Den versau ich dir jetzt, sag ich dir Ich bin nie lang, sag ich dir Schieß, ich schieße Der ist kurz noch gedeckt, zufällig Du mir egal Der ist kurz noch gedeckt Der ist kurz noch gedeckt Kann sein, dass der kurz noch kurz gegangen ist Ich bin mir nicht sicher Vielleicht ist er auch allein Vielleicht ist er auch allein Würde ich ja vermuten, dass Alang, Alang Hat ein bisschen Hit Wo in die Grube, oder was? Nein, Alang vorne schon Eins mit der Jungs Und da ist der Nack Ja Ah Wala Walla 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 Hey, ich weiß die was ich Freunde mache Hier So, wir haben sie nicht mit gesmoked. Lang, 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 einer. Lang, einer bei gruben. Ich schätz mal einer oder zwei sind lang. Kann auch einer mitte durch oder so was? Ah kurz, weil Tom nicht deckt. Ja, weil du mich gesmoked hast. Ach, was ich durchgucke. Ne, kann ich nicht. Ich bin mit dir oben, ich komme jetzt alle. Lang, kommt vorbei, lang am Eck. Die kommen, die kommen, die kommen, ich brauche jetzt Unterstützung. Einer durch. Boah, da habe ich mich aber gerade noch weg. Also, Lang, einer drauf mit Bombe aufs Board. Den habe ich. Den habe ich. Ich habe ihn, ich habe ihn. Stopp, ich habe ihn, ich habe ihn. Wo ich da bin, da ist er. Rück, rück, rück. Rück, rück, rück. Wenn du Allah rückwärts sagst, kommst du noch selber raus. Das sage ich dazu. Sag mal Pete, willst du mich ärgern? Nein. Nein, du doch nicht. Nein. Nein. B. Oh, du stirbst gar nicht. Legen. Komm jetzt. A's verhindern, A's verhindern. Los. Schweins. Ich bring euch alle um. Ich bring euch um. A's verhindern. Ja, ist wichtig. Damit hier keiner denkt, der wäre zu gut. Das ist ne Motivationssperre hier. Ja, ne, das soll ich motivieren, noch besser zu sein und dann doch das A's zu holen. Natürlich. Ja, siehst du mal, wie das motiviert. Ich bin voll der Coach. Motivationscoach. Das ist ja. Geh mal Aruna. Ja. Durch die Tür im Vorbeisperre. Das ist nicht schlimm. Ja, guck. So ist. Ja, guck. Genau so ist es. B1. Wenn einer umfällt. Weiß. Das ist ja weg in der Motivation. Nein. So, Stiegel-Action. Achtung. One-Shot. Klick. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Schade. Oh Gott. Was für der Annator zu sagen. Soll ich das legen? Nein, wir können. Okay. Cool, ich stehe in der Luft und wacke. Ich bin euch gegenüber erhaben. Alright gentlemen, this is it. Ja. Mit Gunso. Not. Lang. Lang hat Hit. Allah. 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 Ich down. AWP Mitte. Komm jetzt nicht sterbe. Bombe down Mitte. Okay, ich komm zurück in City. Schöne Situation ausgespielt. War schön. Ja, was denn alter. Wie du dich hinstellst. Mitte kommt er. Er kommt Mitte. Es war aber knapp. Ja, sauknapp. Fast. 18 Schuss, Herr Schnupp. Das wär. 18 Schuss. Ich weiß nicht, ob das gereicht hätte. Für einen durch die Tür. Ja. 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 B-Rush. Ich hab' mit eurem Imperialen Zerstörer. Ach, was geschieht denn jetzt so ne Deckung von dir, du? Au! Au! Wir sollten danach einfach kein Go mehr spielen, ey. Du solltest es für heute einfach lassen. Echo, Echo. Echo, Piet kommt durch Stiegel. Ey! Wollen wir mal A, B machen oder was? Alles wirklich wichtig. Kontakt hin. Mein Kederer ist schon leer. Selbe Position hat Hit. Ja, dann gehen wir da nicht hin. Komm zurück, Switch. Was, Alter? Klippen! Ja, okay. Alles klar, gehen wir hin. Oh Gott, das perlt aber, sag ich dir. Und ein M4 abgesteckt. Ach, er steht schon davor. Loch, 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 Loch. Jetzt kommt der Tür, er kommt, nein, er steht davor. Er steht davor. Ich lege jetzt, ich gebe ihn. Ich lebe einfach. Oh, der ist ein Projekt. Er kommt dort. Oh Gott, der Turm. Ja. Sag ich wann. Turm hast du nicht, oder? Doch, hab ich. Oh Gott, oh Gott. Es ist halt behindert. Du wirst getroffen, ja. Und dein ganzes, dein ganzer Kopf geht einfach hoch. Und dein Fadenkreuz auch. Ja, dann muss ich runterziehen. Ja, weil ich auch weiß, von der Input ich kaufe ich nicht. Also mein Input macht das automatisch, man. Warum kannst du das nicht? Weil ich kann 29 Euro im Monat dafür haben. Ich kann auch alles klar kaufen. 20 Euro. Tal 80. Und ich habe sogar noch Windows 95 drauf. Bitte, dass es noch funktioniert. Ja und ich habe Windows NT. Jetzt kommen aber hier die Fachbedürfe. Ich habe nur Windows. Ohne Nummer. Ohne Nummer, weil es so cool ist. Mitte ist was. Okay, Pidisch Aggro. Schön, ich gehe jetzt kurz durch. Geht ihr A lang? Nee, ich gehe B. Cool. Alla. Das steppt so einiges. CT, ja habt ihr ja schon. Oder bin ich runter halt. Ich bin jetzt A kurz. Da gehts über kurz. Ja, jetzt komm mal. Nee, ich bin kurz. Komm mal jetzt endlich. Ah, nee. Ja, aber der Typ geht. Ja, dann wird er jetzt geflasht. A lang, A lang, A lang, Jungs. A lang, Jungs, A lang, Jungs. Geht doch. Ja, du musst ja immer selber machen. Ohl, la, 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 la la. Lagen, 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 lagen. Lagen, lagen, lagen. Kurz, kurz, kurz. Kein Problem, NP, NP. Halt die Fresse, schon wieder mein A is was speckent. Oh, jetzt haben wir P-250 gekauft. Das ist voll egal. Hier, bitte. Da hab ich der One-Shot-Diegel ausgepackt, Alter, im gebückten Vorbeischleicher wie Seidberg. Was ist das, der Eichfurt? Gebückte Nippo ist hier, Alter. Ah, zwei Richtung B. Einer ist da von der Flügelmitte. Gebückte Diegel ist bestimmt irgendwann mal so ein Olympischer Kunstsprung ins Wasser. Achso. Warum sagen wir mal, ich sterbe mit der Bombe. Ja. Und zwar da. Ja, weil ihr halt voll krass im Hubsen. Ja, und er stirbt da. Ist ein Zauberstreich. Schaberdan. Das war nicht gut, das war nicht gut. 50, 30. Machst du das? Machst du das? Machst du das? Machst du das? Machst du das! Du daaa! Du bist da ein Nate-Profi! Das ist aberartig. Wo ist die Nota? Ja, wo ist sie? Kann doch nicht sein! Das war schwach. Sollen wir Echo machen? Oder soll der Pete dir nochmal... Komm, Pete, kauf dir nochmal eine Awe. Okay, komm. Und dann... Dann machen wir das. Komm, B. B direkt, brauchst nicht gucken. Guck nicht, brauchst nicht direkt. Ich krieg dir Galil und kauf ihm eine Awe. Ich kann dir nicht mehr kaufen. Das ist ein Alate-Bettler. Wind, Wind! Scheiss! Die Bombe liegt da, gell? AWP, zweite Kiste. Ja, dann... Müsst ihr entweder switchen... Was soll ich da groß machen? Ja, ich bin tot. Wie soll ich denn rüber, wenn der mich schon im Sprung holt? Sag's mir! Zweite Kiste, gell? Das war ich. Wieso verrätst du dich? Ja! Oh Gott! Du bist so spannend wäre, Alter! Du bist so spannend wäre! Ach, komm, komm! Während ihr Flachheimers nicht gleich gestorben. Ja, wärst du mir dazu gekommen, als ich angegriffen wurde? Da guckt die mir zu, wie ich da sterbe. Ja klar, wir rennen jetzt alle in den Typ rein, der rusht. Das machen wir natürlich. Jetzt machen wir mal langsam kurz. Wir verwirren uns, vielleicht guckt keiner. Langsam kurz, okay. Kurz sind wir alle auf B. Das ist aber schuld. Da guckt keiner Mitte. Wir könnten vielleicht auch Mitte rausgehen, das wäre vielleicht mal ein Zug. Boah! Ist ein Zug. Bin drei Züge, Schachmat. Aber mir. Mit den Steps? Ja. Komm, wir müssen jetzt rushen. Komm, ich blende rüber. Eins, zwei, null. Bam. Raus. Down, 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 und hinten. Hole die Abbe, hole die Abbe, hier ist die Abbe. Hier ist die Abbe, da liegt sie. Ja, super, genau. Da! Komm, hier, wo bist du denn? Hier. Ich meiste sie rüber, da liegt sie. Er kommt durch, durch die Tür. Echt, aber gesmoked. Hast du den aber jetzt aufgenommen, oder was? Ach man, an der Rennung der Bombe, wohin? Ja! Ich tue wohl schlecht. Komm, jetzt A. Hol doch jetzt, versuch ich das nicht. Reus! Wo liegt denn jetzt die Bombe, ey? Was ist denn das? Ahhhh. Das ist so unprofessionell hier. Es gibt eine Gehaltskürzung hier. Brauche ich jetzt die M4, ja? Volles Chaos hier. Ja. Genau. Hauptsache mal zeigt. Das war, das Auto. Wo geht er hin? Die andere Angabe? Ich hab keine Ahnung. Er war Mitte. Da kannst du nicht durchziehen. Und? Neu trotzdem. Mit Chuck Norris. So, ja Awe. Jetzt haben wir's hingekriegt. Nice. Ah ja. Nice. Sag bestimmt alles nur an Allah. Sollen wir mal alle zusammen Allah geben? Meine Scheiße, ey. Cutters, Cutters, Cutters unten rein. Wo schneid ich meine M4 hin? Einer B, einer Cutters unten. Wer hat jetzt meine M4? Ich hab keine Waffe. Ich hab da eine AK-Alang. Ah ok, nehm ich. Oh Mann. Wie willst du denn eigentlich eine M4 haben, wenn du mir die AWP mitgebracht hast? Stimmt. Das ist ne gute, gute Frage. Übrigens. Schieben wir weiter, wo sie nicht legst. Lang. Lang. Raubau. 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 Terrorists win. Das haben wir's auch noch. Spannend gemacht für die. Spannend, Alter. Spannend. Ja, guck mal hier. Me die rankommen lassen, dass sie nicht so schamlos jetzt schlafen gehen. Aber echt, ey. Komm B. Wir stehen sehr gut für B. Let's go. Also ihr. Ah, der mit der A, wenn der nichts trifft, ist ja vorne natürlich. Ja, 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 uh. Motivation. Handicap-Spiel jetzt. Oh, oh, vorbeigeaimt hier. Guck, der muss, der muss, der muss, der muss, der muss die Rifler wieder hier nachhelfen. Dass sie A betrifft. Ativate in the Bomb. Das ist los. Kata-Ass... Alter. Ich kann nicht fertig legen, weil hier nicht Kata-Ass legen. Okay. Das war fail-play. Der ganze War ist fail-play. Ja, genau. Er stirbt an mich. Kata-Ass. Ich leg Kata-Ass. Kata-Ass letzten. Komm her, ich bin gelandet. Nein, ich muss die Rifles wieder... Ich spiele heute keine einzige Runde CS mehr. Es ist mir so egal.